... wieder Shorts zugesteht, dass er erstmal den Ball bekommt. Oh, Lemmy! Mit dem Curl, mit dem Dunk. Das war genau das Play, das Israël Gonzalez angesagt hatte. Damit kommt Eibach gut aus der Auszeit. Defensiv, was machen sie jetzt gegen Shorts? Es ist schwer, da will er immer gerne helfen. Und andere Spieler ins Spiel bringen. Shorts und Beck ist 12. Von Luis Olesi, der hier die Big Defensive Plays macht. Dieses Doppeln dort aus des Pick'n'Rolles muss Eibach umstellen, macht das. Und Ollendi gegen Dornen mit dem Foul. Es ist Sigma und dann der Face-Dunk. Teiligt der Lob von Oscar de Silva. Und auch der ist wieder unterbunden. Colas Bartolo in die andere Seite. Was für ein Block von Luis Ollendi. Die langen Flügel des Albatros schlagen den Ball aus der Luft. Ich bekomme den nicht an bei Manchuli. Platz, Loch, Ollendi. Jetzt zaubern sie. Das war eigentlich gut gespielt. Sie überspielen die Presse, aber auch Lindy. Das war eigentlich gut gespielt. Sie überspielen die Presse, aber auch Lindy. Da ist die Presse überspielt. Da feiern sie den Dank. Da haben wir den Ball gewinnt. Ball gewinnt zu Usman. Stark. Und Erle Hoop. Anspieler auf Luis Ollendi. Jalen Smith. Super Aktion hier von Berlin. Ja, starke Verteidigungsaktion von Usman. Erst gegen Calding. Auch eins gegen eins. Aber dieser Stil ist natürlich sehr sehenswert. Das ist fast der Assist für Nigel Pearson. Ollendi! Was für ein Block! Und dann am Ende die ganz trockene Antwort. Ollendi schon gegen Heidelberg mit diesem fast game-winning Blockshot, wo er das Momentum gedreht hat, auch hier. Das war wieder ein schneller erster Schritt von Jett. Aber PJC im Rückwärtsgang. Und Ollendi ist da. Ollendi die ganze Zeit drauf gewonnen. Ich kann nur meinen Hut davor ziehen. Wieder eine sehr, sehr gute Leistung. Trotz der Strapaz. Das war fast Top-10-Material offensiv. Dann wurde es aber Top-10-Material defensiv. Und auf der anderen Seite zeigt Luis Ollendi, wie das geht mit dem Schopfen. Das Highlight bis hierhin. 4 von 11 damit insgesamt fast der Ballverlust bei den Ullmer. Christian wird geblockt von Ollendi. 8 Sekunden auf der Sitz-U-Norchallon umgeht. Berlin jetzt wieder mit der kompletten Starting-Leinhaber auf dem Parkett. Und das ist ein altes Aitoblé gegen die Zona. der Tanking von Luis Ollendi. So leicht und 7 von 27 aus dem Feld bisher. Das macht es auch nicht unbedingt besser. Und was für ein Monsterblock von Luis Ollendi.